SPD-Chef warnt vor Gasmangel. Bund plant in Gasfirmen einzusteigen. Corona-Untersuchungen bei Abwasserproben. Damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 5. Juli. SPD-Chef Lars Klingbeil hat vor drastischen Folgen für den Industriestandort Deutschland gewarnt, sollte der russische Präsident Wladimir Putin die Gaspipeline Nord Stream 1 dauerhaft abschalten. Wir stehen vor dramatischen Monaten, Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen litten bereits unter einer hohen Belastung. Da muss man jetzt gemeinsame Wege finden, wie wir als Land durch diese schwierigen Monate durchkommen, sagte er den Sendern RTL und NTV. Die Bundesregierung soll sich in der Gaskrise einem Gesetzentwurf zufolge wie bei den Corona-Hilfe an Unternehmen beteiligen können. Bei Stabilisierungsmaßnahmen sollten die Regelungen des Wirtschaftsstabilisierungsgesetzes in der Fassung von 2021 gelten. Unternehmen der kritischen Infrastruktur könnten über Aktien oder stille Einlagen also ohne Stimmrechte gestützt werden, wie in einem Entwurf des Energiesicherungsgesetzes, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Berliner auf mögliche Probleme bei der Energieversorgung im Winter vorgewarnt. Giffey kündigte nach der Senatssitzung am Dienstag an, auch bei der Verwaltung Energie zu sparen. Wir sind auch vonseiten der Bundesregierung aufgefordert worden, das Nutzerverhalten anzupassen, möglichst sparsam umzugehen mit der Energie, mit dem Gas. Das können wir hier auch nur bekräftigen. Und wir haben heute im Senat schwerpunktmäßig darüber diskutiert, was auch wir leisten und tun können vonseiten der Berliner Landesregierung und unseren eigenen Liegenschaften, in unseren eigenen Einrichtungen und Behörden, um eben auch einen Beitrag zu leisten, um entsprechend Energieeinsparungen voranzubringen. Der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk steht vor einem Ende seiner Amtszeit in Berlin. Das berichten die Bild und Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf mehrere Quellen in Kiew, dass der 46-jährige Spitzendiplomat noch vor dem Herbst aus Berlin in die ukrainische Hauptstadt zurückkehren werde. Dort solle er das Amt des stellvertretenden Außenministers übernehmen. Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland soll laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht zu einer Zunahme des Konsums führen. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Der Bubertskonsum soll legal und sicherer werden, aber nicht zunehmen. Für Kinder und Jugendliche überwögen die Risiken stark. Dort bleibe es beim Verbot. Für Erwachsene ist sicherer Konsum gut vertretbar, teilte Lauterbach auf Twitter mit. Angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland wird eine flächendeckende Überwachung des Corona-Geschehens anhand von Abwasserproben diskutiert. Die Abwasseranalyse ist ein hervorragendes Instrument für die Pandemiekontrolle. Optimal wäre, wenn alle Kommunen mitmachen würden, sagte Johannes Niesen vom Expertenrat der Bundesregierung der Funke Mediengruppe. Der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen zum Maskentragen in Innenräumen aufgerufen. Im Moment werde in Innenräumen vielfach kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen, was es dem Virus superleicht mache, sagte Dahmen im ARD-Morgen-Magazin. Das Arbeiten im Homeoffice steigert laut einer DGB-Studie häufig den beruflichen Stress. So machten 28 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice häufig unbezahlte Überstunden, ergab die Befragung des Deutschen Gewerkschaftsbunds, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Zudem erwarten demnach Vorgesetzte von jedem Dritten im Homeoffice, auch außerhalb normaler Arbeitszeiten erreichbar zu sein. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat mit Besorgnis auf die steigende Zahl von Personalausfällen durch Corona-Erkrankungen und Quarantäne reagiert. Aus allen Bundesländern erreichen uns Meldungen, dass einzelne Stationen und Abteilungen auch wegen Personalmangel abgemeldet werden müssen, sagte Vorstandschef Gerald Gast im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin hat kurz vor Ende des Schuljahres eine Entlastung der Berliner Lehrer gefordert. Angesichts des massiven Fachkräftemangels an Schulen sei ein Paket von kurz- und langfristigen Maßnahmen nötig. Die sehr hohe Belastung und Arbeitsverdichtung führen derzeit dazu, dass viele Lehrkräfte und Erzieher in Erwägung ziehen, den Job an den Nagel zu hängen, warnte der Berliner GW-Landesvorsitzende Tom Erdmann. Die Fleischindustrie in Deutschland hat im vergangenen Jahr weitere Umsätze verloren. Die größeren Betriebe machten noch 40,6 Milliarden Euro Umsatz. Das waren 8,8 Prozent weniger als im Jahr 2020 und sogar 11,2 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, so das Statistische Bundesamt. Seit Einführung der Ehe für alle im Jahr 2017 sind in Deutschland rund 65,600 Ehen zwischen menschengleichen Geschlechts geschlossen worden. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte gab es bis Ende 2021 gut 32,300 Eheschließungen zwischen zwei Männern und knapp 33,300 Ehen zwischen zwei Frauen. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet das Landeskriminalamtes um Mithilfe bei der Suche nach einen mutmaßlichen Sexualstraftäter. Im November 2021 fokussierte der unbekannte Tatverdächtige in der U-Bahn-Linie 1 in Richtung Warschauer Straße eine Jugendliche mit seinem Blick, während er zeitgleich an seinem erigierten bekleideten Geschlechtsteil rieb. Die Kriminalpolizei fragt, wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen, wer kennt Aufenthaltsorte oder Personen aus dem Umfeld des Mannes. Und damit zum Wetter. Die Nacht zum Mittwoch ist bewölkt und trocken bei Tiefstemperaturen von 14 Grad. Der Mittwoch zeigt sich teilweise bewölkt bei leicht abfallenden Höchsttemperaturen von 21 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.